Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und finally jetzt mit der offiziellen releaseten Buzz kommt in Jorvik im Juni Edition von Star Stable. Was hat Star Stable drin? Also wir haben im Juni als allererstes das Regenbogen Event, das war ja schon offiziell klar und jetzt geht es los. Es ist Zeit für das Regenbogen Festival. Mika ist mit ihrem Heißluftballon neben Dolce Abbey gelandet und wartet darauf, dich ins Wolkenreich zu bringen. Dort erwartet dich wunderschöne Regenbogenpferde, deren Designs von den Ideen unserer Spieler inspiriert wurden. Leider ist Katja zurückgekommen und hat schon wieder alle Farben gestohlen. Deswegen musst du noch einmal dabei helfen, die Farben zurückzuholen, damit das Wolkenreich in seiner alten Pracht erstrahlt. Wenn die Farben wieder da sind, kannst du in Ruhe die Magie des Regenbogenfestivals im Wolkenreich und auf Jorvik genießen. Mika verliert ständig ihre Sachen. Zum Glück ist Pico da und kann dir helfen, sie zu finden. Moment mal, hieß es nicht beim letzten Mal, dass das Regenbogen Event neu gemacht werden soll? Das ist ja 100% das alte Event. Und dann, es wird nicht einfach werden, während des Regenbogenfestivals gegen Katja anzukommen. Sie gibt nicht so leicht auf und sie hat neue Herausforderungen für dich im Gepäck. Halte die Augen offen, die Strecke ist knifflig und man sieht nicht oft Eis in Frau Pinta. Das Regenbogenfestival fühlt sich dieses Jahr besonders wohl und möchte etwas länger bleiben als sonst. Deswegen läuft es zwei Wochen statt nur ein... Was? Deswegen läuft es zwei Wochen statt nur einer? Also kein Stress, du hast genug Zeit, Regen... Was? Hä, das Regenbogenfestival sollte vier Wochen gehen und es lief auch letzte Woche nicht nur eine Woche. Letztes Jahr. What? Hä? What? Moment... Moment... Ähm... Star Stable, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Moment... Niemals! Das Regenbogenfestival, 8. Juni... Bis zum 22. Nein, das war doch tatsächlich nur zwei Wochen da. Okay... Das kam mir aber wirklich länger vor. Nun gut, gehen wir zurück. Am 20. Juni kommt dann... Dies wird in vielerlei Hinsicht ein historischer Tag. Zum ersten Mal kommt unser Update an einem Dienstag. Und mit ihm werden die neuen Spielercharaktere veröffentlicht. Aber ab sofort hast du viel mehr Optionen. Ja, okay, das hatten wir. Dich erwartet eine große Auswahl an Gesichtern, Augen, Hautfarben und ja... Hä? Genau, reitet zu einem... Zu einem Salon oder einem Heimatstall, um all die neuen Alternativen auszuprobieren. Aber... Warum am Dienstag? Und ich denke mal, da kommen dann am Mittwoch so die Hotfixes davon dann. Das ist alles, alles super komisch. Jovic Ranger Luis hat Lust auf mehr Rennen. Er möchte sein Angebot auf der Koppel von Dundal erweitern. Deswegen bietet er in Zukunft ein zweites Pferderennen an und stellt Koppel... Ja, okay. Da haben wir dann Telina und Campos, also die Fischpferde haben wir. Und wir haben also wieder ein Lückenfüller-Update und zwei Wochen... Aber es war letztes Jahr dann... Aber Moment. Dann stimmt das zumindest nicht, dass es dieses Jahr zwei Wochen ist statt nur einer, weil es doch letzte Woche auch zwei Wochen war. Ich verstehe es nicht. Das stimmt doch... Hier. 22. Und es ging am 8. Ja, für zwei Wochen kommt es zurück. What? Ich glaube, da hat Star-Semir sich ein bisschen vertan bei diesem Update. Irgendwas stimmt da doch nicht ganz. Ich weiß es nicht. Es klingt super weird. Aber auf jeden Fall, wir haben die neuen Charaktere. Die könnt ihr euch ja jetzt schon, wenn ihr möchtet. Natürlich, ich habe den Link auch nochmal in die Beschreibung gepackt. Könnt ihr euch jetzt schon eure Charaktere basteln? Jetzt mal so ein bisschen rumprobieren. Heute kam aber auch so viel raus. Da ist es, glaube ich, nicht verwunderlich, wenn Star-Sew vielleicht mal so einen kleinen Fehler reinpackt oder sowas. Was ich schade finde, ist, es scheint wirklich das sehr identische Event vom letzten Jahr zu sein. Mit einfach einem neuen Rennen, was wir bekommen. Wo dann halt vor Pinta eingefroren ist. Aber es wirkt irgendwie so, als wäre es das selbe Event wie letztes Jahr. Was ich sehr schade finde. Da es ja hieß, dass das Event überarbeitet werden sollte. Klar, es ist... Nee, es ist eigentlich nicht überarbeitet. Ja, dann haben wir die neuen Charaktere. Wie gesagt, das erste Mal Charaktere umgestalten wird for free sein. Ihr kommt mit eurem neuen Stil ins Spiel an. Und darüber werden wir aber auch heute nochmal ein bisschen genauer im Stream reden. Was wir schon mal sagen können, ist, ihr werdet mit Körperproportion 2 ins Spiel kommen. Also werden die meisten von euch wahrscheinlich dann erstmal das nutzen, um sich so ein bisschen reinzufinden. Stellt am besten jetzt schon mal so ein bisschen euren Charakter zusammen. Weil es wird auf jeden Fall an dem Tag dann ein bisschen schwieriger werden, bis dann alles geladen hat. Und bla, ich glaube, der Tag wird crazy werden. Ich bin super gespannt. Ich bin richtig gespannt. Ich habe auch Star-Sew dazu schon einen ganzen Fragenkatalog geschickt. Da werdet ihr hoffentlich sehr bald von mir Infos dazu bekommen können. Wenn ihr noch Fragen zu den kommenden Updates habt, schreibt die mir gerne in die Kommentare. Ich gebe die auch gerne an Star-Sew weiter. Aber what the frip ist das jetzt gerade alles an Neuerungen. Ich bin mega gespannt. Ihr auch? Ich bin wirklich... Es ist so krass, aber keine Ahnung. Es ist alles irgendwie zu viel. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.